Guten Morgen, alle zusammen! Kann ich Ihnen bei etwas helfen? Kann ich Ihnen bei etwas helfen? Bitte schicken Sie mir den Bericht bis morgen. 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 Let's schedule a meeting for next week. Lassen Sie uns einen Termin für nächste Woche vereinbaren. Let's schedule a meeting for next week. Let's schedule a meeting for next week. I'm sorry, but I'm busy at the moment. Es tut mir leid, aber ich bin momentan beschäftigt. I'm sorry, but I'm busy at the moment. Could you please repeat that? 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 We need to discuss the new project. 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 I'll be out of the office this afternoon. I'll be out of the office this afternoon. Ich bin heute Nachmittag außer Haus. I'll be out of the office this afternoon. The conference call starts at 2 p.m. The conference call starts at 2 p.m. Die Telefonkonferenz beginnt um 14 Uhr. The conference call starts at 2 p.m. Don't forget to submit your timesheets. Vergessen Sie nicht, Ihre Zeiterfassung abzugeben. Don't forget to submit your timesheets. I have a question about the budget. I have a question about the budget. Ich habe eine Frage zum Budget. I have a question about the budget. Can you give me a hand with this task? Can you give me a hand with this task? Can you give me a hand with this task? Can you give me a hand with this task? We should update the company website. Wir sollten die Firmenwebsite aktualisieren. Wir sollten die Firmenwebsite aktualisieren. Lassen Sie uns eine Brainstorming-Sitzung abhalten. Let's have a brainstorming session. The printer is out of paper. Der Drucker ist kein Papier mehr. The printer is out of paper. Wer ist für das Projekt verantwortlich? We need to order more office supplies. Wir müssen mehr Büromaterial bestellen. We need to order more office supplies. We need to order more office supplies. Please book a flight for the CEO. Bitte buchen Sie einen Flug für den CEO. Please book a flight for the CEO. The meeting has been rescheduled to Friday. The meeting has been rescheduled to Friday. Das Meeting wurde auf Freitag verschoben. The meeting has been rescheduled to Friday. Could you forward me the e-mail? Could you forward me the e-mail? Könnten Sie mir die e-mail weiterleiten? Could you forward me the e-mail? Could you forward me the e-mail? Wir haben eine knappe Frist für dieses Projekt. Wir haben eine knappe Frist für dieses Projekt. We have a tight deadline for this project. Let's have a team-building event. Let's have a team-building event. Lassen Sie uns eine team-building-Veranstaltung haben. Ich bin in meinem Büro, wenn Sie mich brauchen. Ich bin in meinem Büro, wenn Sie mich brauchen. Bitte prüfen Sie dieses Dokument und geben Sie Feedback. Bitte prüfen Sie dieses Dokument und geben Sie Feedback. The IT department will fix your computer. The IT department will fix your computer. Die IT-Abteilung wird ihren Computer reparieren. The IT department will fix your computer. We need to hire a new marketing manager. We need to hire a new marketing manager. Wir müssen einen neuen marketing manager einstellen. We need to hire a new marketing manager. We need to hire a new marketing manager. Could you book a meeting room for tomorrow? Could you book a meeting room for tomorrow? Könnten Sie einen Besprechungsraum für morgen reservieren? Could you book a meeting room for tomorrow? Could you book a meeting room for tomorrow? Let's have a quick team meeting. Lassen Sie uns eine kurze Teambesprechung abhalten. Let's have a quick team meeting. Ich schicke Ihnen die Tagesordnung für das Meeting. Ich schicke Ihnen die Tagesordnung für das Meeting. Wir sollten erwägen, diese Aufgabe auszulagern. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Kontaktdaten aktualisieren. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Kontaktdaten aktualisieren. Guten Morgen, wie geht es Ihnen heute? Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Können Sie mir zeigen, wie man den Büroscanner verwendet? Can you show me how to use the office scanner? Es tut mir leid, ich habe das Rundschreiben nicht erhalten. Können Sie mir helfen, den Büromaterialschrank zu finden? Wir müssen die Notfallkontaktliste aktualisieren. Können Sie mir bitte zeigen, wie man den Bürokopierer verwendet? Können Sie mir bitte zeigen, wie man den Bürokopierer verwendet? Können Sie mir bitte zeigen, wie man den Bürokopierer verwendet? Können Sie bitte zeigen, wie man den Bürokopierer verwendet? Können Sie bitte sicher, dass Sie Ihren Computer sperren, wenn Sie ihn verlassen? Wir sollten einen gemeinsamen Ordner erstellen, um Teamdokumente abzulegen. Können Sie mir helfen, mein E-Mail-Konto auf diesem Computer einzurichten? Können Sie mir helfen, mein E-Mail-Konto auf diesem Computer zu verwendet? Können Sie mir helfen, mein E-Mail-Konto auf diesem Computer zu verwendet? Können Sie mir helfen, mein E-Mail-Konto auf diesem Computer zu verwendet? Bitte bringen Sie einen Notizblock und einen Stift zum Meeting mit. Lassen Sie uns die Erfolge unseres Teams mit einer kleinen Zusammenkunft feiern. Ich werde Ihnen helfen, das Formular für die Spesenabrechnung auszufüllen. Ich werde Ihnen helfen, das Formular für die Spesenabrechnung auszufüllen. Ich werde Ihnen helfen, das Formular für die Spesenabrechnung auszufüllen. Können Sie sich überprüfen, ob der Bürokopier genug Papier hat? Können Sie sich überprüfen, ob der Bürokopier genug Papier hat? Können Sie sich überprüfen, ob der Bürokopier genug Papier genug Papier hat? Bitte denken Sie daran, das Licht auszuschalten, bevor Sie das Büro verlassen. Wir sollten den Kalender mit wichtigen bevorstehenden Terminen aktualisieren. Können Sie mir bitte zeigen, wie man mit dem Bürogerät ein Fax sendet? Können Sie uns den Geburtstag unseres Kollegen mit einer kleinen Überraschung feiern? Let's celebrate our colleague's birthday with a small surprise. Let's celebrate our colleague's birthday with a small surprise. Ich werde Ihnen helfen, einen Besprechungsraum für das Meeting zu buchen. Können Sie mir helfen, dieses Dokument in Microsoft Word zu formatieren? Können Sie mir helfen, dieses Dokument in Microsoft Word zu formatieren? Können Sie mir helfen, dieses Dokument in Microsoft Word zu formatieren? Bitte halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und ordentlich. Bitte halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und ordentlich. Bitte halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und ordentlich. Wir sollten ein System zur Organisation von Bürodateien erstellen. Wir sollten ein System zur Organisation von Bürodateien erstellen. Wir sollten ein System zur Organisation von Bürodateien erstellen. Guten Tag, wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Good afternoon, how can I assist you today? Please take a seat while you wait. Bitte nehmen Sie Platz, während Sie warten. Please take a seat while you wait. Can you show me how to use the office fax machine? Can you show me how to use the office fax machine? Können Sie mir zeigen, wie man das Bürofaxgerät benutzt? Can you show me how to use the office fax machine? Can you show me how to use the office fax machine? We should organize a team building activity outside of the office. We should organize a team building activity outside of the office. Wir sollten eine team building activity außerhalb des Büros organisieren. We should organize a team building activity outside of the office. We should organize a team building activity outside of the office. We should use the office fax machine buildingdz 년umbles. I'm sorry, I forgot to bring my ID card. Es tut mir leid, ich habe vergessen, meinen Ausweis mitzubringen. I'm sorry, I forgot to bring my ID card. Can you help me locate the office meeting room? Can you help me locate the office meeting room? Können Sie mir helfen, den Büro-Besprechungsraum zu finden? Can you help me locate the office meeting room? We need to update the office phone directory. Wir müssen das Büro-Telefonverzeichnis aktualisieren. We need to update the office phone directory. Could you please show me how to use the office laminator? Could you please show me how to use the office laminator? Könnten Sie mir bitte zeigen, wie man das Büro-Laminiergerät benutzt? Could you please show me how to use the office laminator? Please make sure to save your work frequently. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Arbeit häufig speichern. Wir sollten ein digitales Archiv für wichtige Dateien erstellen. Können Sie mir helfen, dieses Computerproblem zu beheben? Bitte bringen Sie eine Kopie Ihres Lebenslaufs zum Vorstellungsgespräch mit. Lassen Sie uns den Abschluss des Projekts mit einem Team-Ausflug feiern. Ich werde Ihnen beim Ausfüllen des Urlaubsantragsformulars helfen. Können Sie überprüfen, ob der Büro-Drucker Tinte benötigt? Können Sie bemerken, ob der Büro-Drucker Tinte benötigt? Bitte denken Sie daran, Ihren Computer zu sperren, wenn Sie nicht da sind. Können Sie mir bitte zeigen, wie man den Büro-Aktenvernichter benutzt? Lassen Sie uns den Fortschritt unseres Teams mit einer kleinen Anerkennungszeremonie feiern. Ich werde Ihnen helfen, einen Parkplatz für den Besuch des Kunden zu reservieren. Entschuldigung, wo ist der Schreibtisch des Büroleiters? Entschuldigung, wo ist der Schreibtisch des Büroleiters? Bitte warten Sie in der Warteecke, bis Sie an der Reihe sind. Können Sie mir zeigen, wie man das Büro-Telefon benutzt? Können Sie mir zeigen, wie man das Büro-Telefon benutzt? Können Sie mir zeigen, wie man das Büro-Telefon benutzt? Wir sollten eine Abschiedsfeier für unseren Kollegen organisieren. Wir sollten eine Abschiedsfeier für unseren Kollegen organisieren. Wir sollten eine Abschiedsfeier für unseren Kollegen organisieren. Wir sollten eine Abschiedsfeier für unsere Kollegen organisieren. Entschuldigung, ich habe nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Können Sie mir helfen, den Büromaterialschrank zu finden? Wir müssen die Kontaktinformationen im Mitarbeiterverzeichnis aktualisieren. Können Sie mir bitte zeigen, wie man den Kopierer benutzt? Können Sie mir bitte zeigen, wie man den Kopierer benutzt? Können Sie mir bitte zeigen, wie man den Kopierer benutzt? Können Sie mir bitte zeigen, wie man den Kopierer benutzt? Können Sie sich sicher, dass Sie Ihren Computer ausschalten, bevor Sie den Tag beenden? Wir sollten einen Ordner erstellen, um wichtige Dokumente abzulegen. Entschuldigung, haben Sie einen Ersatzstift? Excuse me, do you have a spare pen? Please make a photocopy of this document for me. Please make a photocopy of this document for me. Bitte machen Sie eine photocopy dieses Dokuments für mich. Please make a photocopy of this document for me. Can you help me find the office supplies? Can you help me find the office supplies? Können Sie mir helfen, das Büromaterial zu finden? Can you help me find the office supplies? Can you help me find the office supplies? I'm sorry, I didn't receive your email. Es tut mir leid, ich habe Ihre e-mail nicht erhalten. I'm sorry, I didn't receive your email. Can you show me how to access the shared drive? Können Sie mir zeigen, wie man auf das gemeinsame Laufwerk zugreift? Can you show me how to access the shared drive? Can you show me how to access the shared drive? We need to organize the files in alphabetical order. We need to organize the files in alphabetical order. Wir müssen die Dateien in alphabetischer Reihenfolge sortieren. We need to organize the files in alphabetical order. We need to organize the files in alphabetical order. Could you please assist me in setting up the videoconference? Could you please assist me in setting up the videoconference? Könnten Sie mir bitte beim Einrichten der videoconference helfen? Could you please assist me in setting up the videoconference? Please make sure to save your work before logging out. Please make sure to save your work before logging out. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie Ihre Arbeit speichern, bevor Sie sich ausloggen. Wir sollten den Bürokalender mit bevorstehenden Ereignissen aktualisieren. We should update the office calendar with upcoming events. We should update the office calendar with upcoming events. Could you please show me how to scan a document? Könnten Sie mir bitte zeigen, wie man ein Dokument scannt? Could you please show me how to scan a document? Could you please show me how to scan a document? Let's celebrate our team's success with a small gathering. Let's celebrate our team's success with a small gathering. Lassen Sie uns den Erfolg unseres Teams mit einer kleinen Zusammenkunft feiern. Let's celebrate our team's success with a small gathering. Let's celebrate our team's success with a small gathering. I'll assist you in filling out the expense report. Ich werde Ihnen beim Ausfüllen des Späßenberichts helfen. I'll assist you in filling out the expense report. Can you check if the Wi-Fi is working properly? Can you check if the Wi-Fi is working properly? Können Sie überprüfen, ob das WLAN ordnungsgemäß funktioniert? Bitte bringen Sie Ihren Ausweis für den Zutritt zum Gebäude mit. Please bring your ID card for access to the building. Please bring your ID card for access to the building. We should create a shared document for collaboration. We should create a shared document for collaboration. Wir sollten ein gemeinsames Dokument zur Zusammenarbeit erstellen. We should create a shared document for collaboration. Could you please show me how to change the printer ink? Könnten Sie mir bitte zeigen, wie man die Druckerfarbe wechselt? Lassen Sie uns die Beförderung unseres Kollegen mit einer kleinen Büropartie feiern. Let's celebrate our colleagues' promotion with a small office party. Let's celebrate our colleagues' promotion with a small office party. I'll assist you in booking a meeting room for tomorrow. I'll assist you in booking a meeting room for tomorrow. Ich werde Ihnen bei der Buchung eines Besprechungsraums für morgen helfen. I'll assist you in booking a meeting room for tomorrow. Can you help me format this document? Can you help me format this document? Excuse me, where is the office manager's desk? Excuse me, where is the office manager's desk? Entschuldigung, wo ist der Schreibtisch des Büroleiters? Excuse me, where is the office manager's desk? Please wait for your turn in the waiting area. Please wait for your turn in the waiting area. Bitte warten Sie in der Warteecke, bis Sie an der Reihe sind. Please wait for your turn in the waiting area. Please wait for your turn in the waiting area. Can you show me how to use the office phone? Can you show me how to use the office phone? Können Sie mir zeigen, wie man das Bürotelefon benutzt? Can you show me how to use the office phone? Can you show me how to use the office phone? We should organize a farewell party for a colleague. Wir sollten eine Abschiedsfeier für unseren Kollegen organisieren. We should organize a farewell party for a colleague. We should organize a farewell party for a colleague. I'm sorry, I didn't catch what you said. I'm sorry, I didn't catch what you said. Es tut mir leid, ich habe nicht verstanden, was Sie gesagt haben. I'm sorry, I didn't catch what you said. Can you help me locate the office supplies cupboard? Can you help me locate the office supplies cupboard? Können Sie mir helfen, den Büromaterialschrank zu finden? Wir müssen die Kontaktinformationen im Mitarbeiterverzeichnis aktualisieren. Wir müssen die Kontaktinformationen im Mitarbeiterverzeichnis aktualisieren. Können Sie mir bitte zeigen, wie man den Kopierer benutzt? Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Computer ausschalten, bevor Sie den Tag beenden. Wir sollten einen Ordner erstellen, um wichtige Dokumente abzulegen. We should create a folder to store important documents. We should create a folder to store important documents. Good morning, how are you today? Good morning, how are you today? Guten Morgen, wie geht es Ihnen heute? Good morning, how are you today? Good morning, how are you today? Please sign in at the reception desk. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Please sign in at the reception desk. Can you show me how to use the office scanner? Can you show me how to use the office scanner? Können Sie mir zeigen, wie man den Büroscanner verwendet? Can you show me how to use the office scanner? Can you show me how to use the office scanner? We should organize a team-building game during lunch break. We should organize a team-building game during lunch break. Wir sollten während der Mittagspause ein Team-Building-Spiel organisieren. We should organize a team-building game during lunch break. We should organize a team-building game during lunch break. I'm sorry, I didn't receive the memo. Es tut mir leid, ich habe das Rundschreiben nicht erhalten. I'm sorry, I didn't receive the memo. Can you help me find the office stationary cupboard? Können Sie mir helfen, den Büromaterialschrank zu finden? Can you help me find the office stationary cupboard? Can you help me find the office stationary cupboard? We need to update the emergency contact list. Wir müssen die Notfallkontaktliste aktualisieren. We need to update the emergency contact list. We need to update the emergency contact list. Could you please show me how to use the office photocopier? Could you please show me how to use the office photocopier? Könnten Sie mir bitte zeigen, wie man den Bürokopierer verwendet? Could you please show me how to use the office photocopier? Please make sure to lock your computer when you step away. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie Ihren Computer sperren, wenn Sie ihn verlassen. Wir sollten einen gemeinsamen Ordner erstellen, um Team-Dokumente abzulegen. Wir sollten einen gemeinsamen Ordner erstellen, um Team-Dokumente abzulegen. Wir sollten einen gemeinsamen Ordner erstellen, um Team-Dokumente abzulegen. Bitte bringen Sie einen Notizblock und einen Stift zum Meeting mit. Bitte bringen Sie einen Notizblock und einen Stift zum Meeting mit. Lassen Sie uns die Erfolge unseres Teams mit einer kleinen Zusammenkunft feiern. Ich werde Ihnen helfen, das Formular für die Spesenabrechnung auszufüllen. I'll assist you in completing the expense reimbursement form. I'll assist you in completing the expense reimbursement form. Can you check if the office printer has enough paper? Can you check if the office printer has enough paper? Can you check if the office printer has enough paper? Please remember to turn off the lights before leaving the office. Please remember to turn off the lights before leaving the office. Please remember to turn off the lights before leaving the office. Please remember to turn off the lights before leaving the office. We should update the calendar with important upcoming dates. We should update the calendar with important upcoming dates. We should update the calendar with important upcoming dates. We should update the calendar with important upcoming dates. Could you please show me how to send a fax using the office machine? Could you please show me how to send a fax using the office machine? Could you please show me how to send a fax using the office machine? Could you please show me how to send a fax using the office machine? Let's celebrate our colleague's birthday with a small surprise. Lassen Sie uns den Geburtstag unseres Kollegen mit einer kleinen Überraschung feiern. Let's celebrate our colleague's birthday with a small surprise. Let's celebrate our colleague's birthday with a small surprise. I'll assist you in booking a conference room for the meeting. I'll assist you in booking a conference room for the meeting. Ich werde Ihnen helfen, einen Besprechungsraum für das Meeting zu buchen. Können Sie mir helfen, dieses Dokument in Microsoft Word zu formatieren? Können Sie mir helfen, dieses Dokument in Microsoft Word zu formatieren? Können Sie mir helfen, dieses Dokument in Microsoft Word zu formatieren? Bitte halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und ordentlich. Bitte halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und ordentlich. Bitte halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und ordentlich. Wir sollten ein System zur Organisation von Bürodateien erstellen. Wir sollten ein System zur Organisation von Bürodateien erstellen. Wir sollten ein System zur Organisation von Bürodateien erstellen. Wir sollten ein System zur Organisation von Bürodateien erstellen. Guten Tag, wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Good afternoon, how can I assist you today? Good afternoon, how can I assist you today? Please take a seat while you wait. Please take a seat while you wait. Bitte nehmen Sie Platz, während Sie warten. Please take a seat while you wait. Please take a seat while you wait. I'm sorry, I forgot to bring my ID card. Es tut mir leid, ich habe vergessen, meinen Ausweis mitzubringen. I'm sorry, I forgot to bring my ID card. Could you please show me how to use the office laminator? Könnten Sie mir bitte zeigen, wie man das Bürolaminiergerät benutzt? Could you please show me how to use the office laminator? Could you please show me how to use the office laminator? Please make sure to save your work frequently. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Arbeit häufig speichern. Please make sure to save your work frequently. We should create a digital archive for important files. We should create a digital archive for important files. Wir sollten ein digitales Archiv für wichtige Dateien erstellen. We should create a digital archive for important files. We should create a digital archive for important files. Can you help me troubleshoot this computer issue? Can you help me troubleshoot this computer issue? Können Sie mir helfen, dieses Computerproblem zu beheben? Can you help me troubleshoot this computer issue? Please bring a copy of your resume for the interview. Please bring a copy of your resume for the interview. Please bring a copy of your resume for the interview. Please bring a copy of your resume for the interview. Let's celebrate the completion of the project with a team outing. Let's celebrate the completion of the project with a team outing. Let's celebrate the completion of the project with a team outing. Let's celebrate the completion of the project with a team outing. I'll assist you in filling out the leave request form. I'll assist you in filling out the leave request form. Ich werde Ihnen beim Ausfüllen des Urlaubsantragsformulars helfen. Can you check if the office printer needs ink? Können Sie überprüfen, ob der Bürodrucker Tinte benötigt? Can you check if the office printer needs ink? Please remember to lock your computer when you're away. Bitte denken Sie daran, Ihren Computer zu sperren, wenn Sie nicht da sind. Please remember to lock your computer when you're away. Please remember to lock your computer when you're away. We should update the office bulletin board with important announcements. We should update the office bulletin board with important announcements. We should update the office bulletin board with important announcements. We should update the office bulletin board with important announcements. Let's celebrate our team's progress with a small recognition ceremony. Lassen Sie uns den Fortschritt unseres Teams mit einer kleinen Anerkennungszeremonie feiern. Let's celebrate our team's progress with a small recognition ceremony. I'll assist you in reserving a parking spot for the client visit. I'll assist you in reserving a parking spot for the client visit. I'll assist you in reserving a parking spot for the client visit. I'll assist you in reserving a parking spot for the client visit. Excuse me, where is the restroom? Entschuldigung, wo ist die Toilette? 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 Können Sie mir zeigen, wie man den Büro-Drucker verwendet? Können Sie mir zeigen, wie man den Büro-Drucker verwendet? Wir sollten ein Team-Mittagessen organisieren, um den neuen Mitarbeiter willkommen zu heißen. Wir sollten ein Team-Mittagessen organisieren, um den neuen Mitarbeiter willkommen zu heißen. Ich bin sorry, ich habe Ihren Namen nicht verstanden. Ich bin sorry, ich habe Ihren Namen nicht verstanden. Können Sie mir helfen, die fehlende Datei zu finden? Wir sollten den Konferenzraum nach der Sitzung aufräumen. Können Sie mir bitte zeigen, wie man sich in das Computersystem einloggt? Können Sie mir bitte zeigen, wie man sich in das Computersystem einloggt? Können Sie mir bitte zeigen, wie man sich in das Computersystem einloggt? Stellen Sie bitte sicher, dass Sie das Licht ausschalten, wenn Sie das Büro verlassen. Wir müssen mehr Stifte und Notizblöcke bestellen. Wir müssen mehr Stifte und Notizblöcke bestellen. Wir müssen mehr Stifte und Notizblöcke bestellen. Können Sie bitte dieses Dokument für mich ausdrucken? Können Sie bitte dieses Dokument für mich ausdrucken? Können Sie bitte dieses Dokument für mich ausdrucken? Lassen Sie uns während der Mittagspause ein Teambuildingsspiel machen? Ich werde Ihnen bei der Einrichtung Ihrer E-Mail-Signatur helfen. Können Sie überprüfen, ob der Büromaterialschrank abgeschlossen ist? Stellen Sie bitte sicher, dass Sie Ihren Computer ausschalten, bevor Sie gehen. Wir sollten einen gemeinsamen Ordner für die Teamzusammenarbeit erstellen. Können Sie mir bitte zeigen, wie man ein Fax verschickt? Können Sie mir bitte zeigen, wie man ein Fax schickt? Lassen Sie uns das Ende der Woche mit einem legeren Kleidungsstag feiern. Ich werde Ihnen bei der Buchung eines Fluges für Ihre Geschäftsreise helfen. Wir müssen die Bürokontaktliste aktualisieren. Können Sie mir helfen, den Papierstau im Kopierer zu beheben? Können Sie mir helfen, den Papierstau im Kopier zu beheben? Bitte unterschreiben Sie die Anwesenheitsliste. Please sign the attendance sheet. Let's have a team-building exercise during the lunch break. Lassen Sie uns während der Mittagspause eine team-building-Übung machen. Let's have a team-building exercise during the lunch break. Let's have a team-building exercise during the lunch break. I'll assist you in creating a new folder on your computer. Ich werde Ihnen bei der Erstellung eines neuen Ordners auf Ihrem Computer helfen. I'll assist you in creating a new folder on your computer. I'll assist you in creating a new folder on your computer. Good afternoon. How can I assist you? Guten Tag. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Good afternoon. How can I assist you? Good afternoon. How can I assist you? Could you please pass me the phone? Könnten Sie mir bitte das Telefon geben? Could you please pass me the phone? Could you please pass me the phone? Let's collaborate on this task together. Lassen Sie uns gemeinsam an dieser Aufgabe arbeiten. Es tut mir leid. Ich habe diese Information nicht. Bitte prüfen Sie Ihre E-Mails für weitere Anweisungen. Können Sie mir helfen, den Beamer für die Präsentation einzurichten? Wir sollten ein Teammittagessen organisieren, um das erfolgreiche Projekt zu feiern. Können Sie mir zeigen, wie man auf dem Computer einen neuen Ordner erstellt? Stellen Sie bitte sicher, dass Sie das Büro abschließen, bevor Sie gehen. Stellen Sie bitte sicher, dass Sie das Büro abschließen, bevor Sie gehen. Wir müssen mehr Büromaterial bestellen. Wir müssen mehr Büromaterial bestellen. Wir müssen mehr Büromaterial bestellen. Können Sie bitte dieses Dokument von Englisch ins Deutsche übersetzen? Können Sie bitte dieses Dokument von Englisch ins Deutsche übersetzen? Lassen Sie uns die Möbel im Konferenzraum umstellen. Lassen Sie uns die Möbel im Konferenzraum umstellen. Ich werde Ihnen bei der Fehlerbehebung des Druckers helfen. Können Sie überprüfen, ob der Bürobedarf knapp wird? Können Sie erleben, ob die Bürobedarf knapp wird? Können Sie sich in das Besucherprotokoll ein? Wir sollten den Teamkalender mit bevorstehenden Fristen aktualisieren. Können Sie bitte eine Kopie dieses Dokuments für mich machen? Lassen Sie uns die Fertigstellung des Projekts mit einem Teamabendessen feiern. Ich werde während des Telefonkonferenzprotokoll führen. Wir müssen den kaputten Stuhl im Besprechungsraum reparieren. Können Sie mir helfen, eine neue E-Mail-Signatur zu erstellen? Können Sie mir helfen, eine neue E-Mail-Signatur zu erstellen? Können Sie mir helfen, eine neue E-Mail-Signatur zu erstellen? Bitte schicken Sie mir die aktualisierte Version der Tabelle. Lassen Sie uns Erfrischungen für das Kundentreffen bestellen. Ich werde ein Hotelzimmer für die Geschäftsreise buchen. Ich werde ein Hotelzimmer für den Geschäftsreise buchen. Wir sollten eine Sicherungskopie wichtiger Dateien erstellen. We should create a backup of important files. We should create a backup of important files. Can you please pass me the stapler? Können Sie mir bitte den Hefter geben? Can you please pass me the stapler? Let's have a short coffee break. Let's have a short coffee break. Lassen Sie uns eine kurze Kaffeepause machen. Let's have a short coffee break. I'm sorry, I don't understand. Es tut mir leid. Ich verstehe nicht. I'm sorry, I don't understand. Please write down the meeting minutes. Bitte schreiben Sie das Protokoll der Sitzung auf. Please write down the meeting minutes. Could you remind me of the deadline for this task? Could you remind me of the deadline for this task? Could you remind me of the deadline for this task? We should organize a team building activity. We should organize a team building activity. Wir sollten eine team building Aktivität organisieren. We should organize a team building activity. Can you show me how to use this software? Can you show me how to use this software? Können Sie mir zeigen, wie man diese Software verwendet? Can you show me how to use this software? Can you show me how to use this software? Please file these documents in the cabinet. Please file these documents in the cabinet. Bitte legen Sie diese Dokumente in den Aktenschrank. Please file these documents in the cabinet. We need to order more printer ink. We need to order more printer ink. Wir müssen mehr Druckerfarbe bestellen. We need to order more printer ink. We need to order more printer ink. Could you please translate this e-mail for me? Könnten Sie diese e-mail bitte für mich übersetzen? Could you please translate this e-mail for me? Could you please translate this e-mail for me? Let's clean up the shared workspace. Let's clean up the shared workspace. Lassen Sie uns den gemeinsamen Arbeitsbereich aufräumen. Let's clean up the shared workspace. Let's clean up the shared workspace. I'll assist you in setting up your e-mail account. Ich werde Ihnen helfen, Ihr e-mail-konto einzurichten. I'll assist you in setting up your e-mail account. Can you check if the meeting room is available? Können Sie prüfen, ob der Besprechungsraum verfügbar ist? Can you check if the meeting room is available? Please sign the document at the bottom. Bitte unterschreiben Sie das Dokument unten. Please sign the document at the bottom. Wir sollten die Kontaktliste mit den neuen Mitarbeitern aktualisieren. Wir sollten die Kontaktliste mit den neuen Mitarbeitern aktualisieren. Wir sollten die Kontaktliste mit den neuen Mitarbeitern aktualisieren. Können Sie bitte eine Fotokopie dieses Berichts machen? Können Sie bitte eine Fotokopie dieses Berichts machen? Können Sie bitte eine Fotokopie dieses Berichts machen? Lassen Sie uns Johns Geburtstag mit einer kleinen Büropartie feiern. Let's celebrate John's birthday with a small office party. I'll take notes during the meeting. Ich werde während der Sitzung Notizen machen. I'll take notes during the meeting. Wir müssen den Papierstau im Drucker beheben. We need to fix the paper jam in the printer. Can you help me format this spreadsheet? Können Sie mir helfen, diese Tabelle zu formatieren? Bitte schicken Sie mir die aktualisierte Version der Präsentation. Bitte schicken Sie mir die aktualisierte Version der Präsentation. Lassen Sie uns das Mittagessen für das Team-Meeting bestellen. Ich werde einen Konferenzraum für die Kundenvorstellung reservieren. Wir sollten einen gemeinsamen Ordner für Projektunterlagen erstellen. Wir sollten einen gemeinsamen Ordner für Projektunterlagen erstellen. Können Sie mir diese Rechnungen ausdrucken? Können Sie mir diese Rechnungen ausdrucken? Bitte überprüfen Sie die Berechnungen in der Tabelle noch einmal. Bitte überprüfen Sie die Berechnungen in der Tabelle noch einmal. Ich muss eine Kopie dieses Dokuments machen. Ich muss eine Kopie dieses Dokuments machen. Lassen Sie uns die Aufgaben nach Dringlichkeit priorisieren. Und dann werden wir die False Book-Mindisi in der Tabelle noch einmal. Ich heb Ihnen die tongue-Minuest Lieblings-Minutes ausdrücken Let's prioritize the tasks based on their urgency. Could you please send me the meeting minutes? Könnten Sie mir bitte das Protokoll der Sitzung schicken? Wir sollten erwägen, eine neue Projektmanagement-Software einzuführen. Ich werde die Tagesordnung für das Team-Meeting vorbereiten. Ich werde die Tagesordnung für das Team-Meeting vorbereiten. Können Sie mir beim Einrichten der Videokonferenz helfen? Können Sie mir beim Einrichten der Videokonferenz helfen? Können Sie mir beim Einrichten der Videokonferenz helfen? Stellen Sie bitte sicher, dass die Dateien ordnungsgemäß archiviert werden. Führen wir eine Umfrage durch, um Kundenfeedback zu sammeln. Ich werde die Rechnungsstellung für dieses Projekt übernehmen. Wir müssen unsere E-Mail-Kommunikation verbessern. Können Sie mir einen Fortschrittsbericht geben? Lassen Sie uns eine Leistungsüberprüfung für nächsten Monat vereinbaren. Ich werde mit der IT-Abteilung zusammenarbeiten, um die technischen Probleme zu lösen. Können Sie ein Hotel für die anstehende Geschäftsreise buchen? Können Sie ein Hotel für den nächsten Geschäftsreise buchen? Können Sie ein Hotel für den nächsten Geschäftsreise buchen? Bitte teilen Sie das Dokument mit dem Rest des Teams. Bitte teilen Sie das Dokument mit dem Rest des Teams. Bitte teilen Sie das Dokument mit dem Rest des Teams. Wir müssen unsere Marketing-Strategie neu bewerten. Wir müssen unsere Marketing-Strategie neu bewerten. Ich werde eine Schulung zum Thema effektive Kommunikation organisieren. Lassen Sie uns ein System zur Verfolgung von Projektkosten einführen. Können Sie die Logistik für die bevorstehende Veranstaltung koordinieren? Können Sie die Logistik für den nächsten Geschäftsreise buchen? Bitte korrigieren Sie die Präsentation vor dem Kundentermin. Bitte korrigieren Sie die Präsentation vor dem Kundentermin. Bitte korrigieren Sie die Präsentation vor dem Kundentermin. Wir sollten einen gemeinsamen Kalender für Teamveranstaltungen erstellen. Wir sollten einen gemeinsamen Kalender für Teamveranstaltungen erstellen. Ich werde den Verkaufsbericht für die Managementüberprüfung zusammenstellen. Lassen Sie uns die Budgetzuweisung für das neue Projekt besprechen. Let's discuss the budget allocation for the new project. Let's discuss the budget allocation for the new project. Can you assist me in preparing the financial statements? Can you assist me in preparing the financial statements? Können Sie mir bei der Vorbereitung der Finanzberichte helfen? Can you assist me in preparing the financial statements? Please update the client database with the new contacts. Bitte aktualisieren Sie die Kundendatenbank mit den neuen Kontakten. Please update the client database with the new contacts. We need to improve our customer service. Wir müssen unseren Kundenservice verbessern. We need to improve our customer service. Could you please proofread this document? Könnten Sie bitte dieses Dokument Korrektur lesen? Could you please proofread this document? Let's set up a videoconference with our overseas team. Let's set up a videoconference with our overseas team. Let's set up a videoconference with our overseas team. The deadline for the project is approaching. 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 Can you provide me with an update on the sales numbers? Can you provide me with an update on the sales numbers? Can you provide me with an update on the sales numbers? Can you provide me with an update on the sales numbers? We need to prepare the budget for next year. We need to prepare the budget for next year. We need to prepare the budget for next year. Please make sure to back up your files regularly. Please make sure to back up your files regularly. Please make sure to back up your files regularly. Please make sure to back up your files regularly. I'll send you the login credentials for the new software. I'll send you the login credentials for the new software. Let's arrange a training session for the new employees. Let's arrange a training session for the new employees. Let's arrange a training session for the new employees. Let's arrange a training session for the new employees. We have a problem with the network connection. We have a problem with the network connection. Wir haben ein Problem mit der Netzwerkverbindung. We have a problem with the network connection. We have a problem with the network connection. Could you please prepare a presentation for the board meeting? Could you please prepare a presentation for the board meeting? Could you please prepare a presentation for the board meeting? We need to analyze the market trends. We need to analyze the market trends. Let's collaborate on this project to ensure its success. Let's collaborate on this project to ensure its success. Let's collaborate on this project to ensure its success. Let's collaborate on this project to ensure its success. I'll send you the updated version of the contract. I'll send you the updated version of the contract. Ich schicke Ihnen die aktualisierte Version des Vertrags. I'll send you the updated version of the contract. We should implement a new time management system. We should implement a new time management system. Wir sollten ein neues Zeitmanagement System einführen. We should implement a new time management system. We should implement a new time management system. Can you arrange a business trip for our sales team? Can you arrange a business trip for our sales team? Please check if the meeting room is available tomorrow. Please check if the meeting room is available tomorrow. Please check if the meeting room is available tomorrow. We need to address the customer complaints immediately. We need to address the customer complaints immediately. Wir müssen uns umgehend um die Kundenbeschwerden kümmern. We need to address the customer complaints immediately. Could you please update the employee handbook? Could you please update the employee handbook? Könnten Sie bitte das Mitarbeiterhandbuch aktualisieren? Could you please update the employee handbook? Could you please update the employee handbook? Let's create a task list and assign responsibilities. Lassen Sie uns eine Aufgabenliste erstellen und Verantwortlichkeiten zuweisen. Let's create a task list and assign responsibilities. Let's create a task list and assign responsibilities. I'll make arrangements for the team building retreat. I'll make arrangements for the team building retreat. Ich werde die Vorbereitungen für den team building Ausflug treffen. Wir sollten erwägen, einen flexiblen Arbeitsplan einzuführen. We should consider implementing a flexible work schedule. We should consider implementing a flexible work schedule. Can you provide me with the sales forecast for next quarter? Can you provide me with the sales forecast for next quarter? Can you provide me with the sales forecast for next quarter? Can you provide me with the sales forecast for next quarter? Please double check the financial calculations. Please double check the financial calculations. Bitte überprüfen Sie die finanziellen Berechnungen noch einmal. Lassen Sie uns eine Abschiedsfeier für unseren Kollegen organisieren. Let's organize a farewell party for our colleague. Let's organize a farewell party for our colleague.